Heute möchte ich euch 5 Tipps an die Hand geben, wie ihr bei eBay mehr Verkäufe tätigt, um so mehr Umsatz zu erreichen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, durch interessierende Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Motivation, Investition und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja Freunde, heute in einer neuen Optik, die ich so noch nicht gehabt habe, möchte ich euch die 5 Tipps an die Hand geben, wie ihr bei eBay erfolgreich verkaufen könnt. Wie immer alle Informationen unten in der Beschreibung, könnt ihr alles nachlesen. Ich werde einige der Videos hier oben in der Infobox verlinken, die ich schon mal als Tipp bzw. produziert habe als Video. Und diese könnt ihr euch ins Detail nachschauen. Ich werde das jeweils bei dem jeweiligen Punkt immer ansprechen. Fangen wir direkt mal an mit dem Tipp Nummer 1. eBay anzeigen. Anzeigen bei eBay zu schalten ist sehr, sehr wichtig, denn mittlerweile ohne Anzeige lässt sich sehr schwer verkaufen bei eBay. Denn die meisten von den Konkurrenten schalten Anzeigen, sodass die im Listing auch viel weiter höher positioniert sind. Solltest du keine eBay Anzeigen schalten, dann wirst du definitiv weniger verkaufen als die Konkurrenz. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, was du zu beachten hast, wie du das Ganze einstellst. Das findest du, wie gesagt, hier oben in der Infobox. Kannst du dir gerne anschauen. Tipp Nummer 2. Preiskorrekturen. Preiskorrekturen sollte man in regelmäßigen Abständen immer machen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Wenn du die gleichen Artikel anbietest, wie auch viele andere Konkurrenten, ist oftmals für den Kunden der Preis entscheidend. Und hier solltest du mit dem Preis natürlich nicht zu hoch liegen, es sei denn, du hast im Verhältnis eine höhere Anzeige, eBay Anzeige geschaltet. Jedoch muss man hier ein bisschen das Ganze abwägen und schauen, ob es sich denn lohnt, vielleicht den Preis etwas niedriger zu setzen und die Anzeige dementsprechend. Oder ob man den Preis etwas höher setzt als die Konkurrenz, aber dafür die Anzeige auch höher positioniert. Das musst du für dich auskalkulieren und entscheiden, wie das für dein Angebot besser ist. Jedenfalls ist eine Preiskorrektur unumgänglich. Das solltest du in regelmäßigen Abständen tun. So wirst du definitiv auch mehr Umsatz und mehr Verkäufe bei eBay für die Artikel erzielen. Tipp Nummer 3. Das wäre der Service-Status. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie du einen Top-Service-Status und Top-Bewertung bei eBay erreichen kannst. Das siehst du auch hier oben wieder in der Infobox. Kannst du dir das Ganze anschauen ins Detail, was du zu beachten hast und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen. Den Service-Status solltest du definitiv im Überblick behalten und immer regelmäßig schauen, dass du überdurchschnittlich bleibst, dass du die Mängelquoten einhältst und so weiter und so fort. Am besten wäre natürlich ein Top-Bewertungs-Status zu erhalten. So hast du natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, deine Artikel bei eBay zu verkaufen, weil der eBay-Algorithmus dich natürlich höher stuft als jemand, der unterdurchschnittlich ist. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Sicherlich hast du Angebote, die schon ewig nicht mehr verkauft worden sind. In der Regel solltest du ein Angebot nachschauen. Wenn es zwei Monate nicht mehr verkauft worden ist, dann sollte man da was verändern. Jetzt hast du aber schon eBay-Anzeigen geschaltet, du hast schon Preise neu kalkuliert bzw. angepasst. Es tut sich dennoch nichts. Dann würde ich dir empfehlen, dieses Angebot zu beenden. Das heißt, du beendest das ganze Angebot und schaltest es wieder neu. Solltest du aber aus meiner Erfahrung nicht beenden und direkt wieder neu schalten, sondern mach es so, dass du an einem Vormittag das Angebot beendest und nachmittags es wieder hochlädst, damit der eBay-Algorithmus nicht sieht, dass sich hier ein wiederholendes Angebot geschaltet wird. So wirst du auf jeden Fall besser positioniert. Das hast du sicherlich schon mal gesehen beim Durchschauen von Angeboten, dass zum Teil beim Angebot ein kleiner Vermerk steht, neu eingestellt. Diese Angebote werden in der Regel höher positioniert, wenn sie neu eingestellt sind, um so den Kunden das Ganze anzuzeigen. Und wenn der Kunde dann bei dir kaufen sollte, dann bleibst du auch oben positioniert. Wenn dein Artikel jetzt aber zwei Monate schon nicht mehr verkauft worden ist, ist er so weit runtergerutscht, dass du quasi gar keine Chance hast, mehr zu verkaufen. Deshalb lohnt es sich, ein Angebot zu beenden und dann wieder neu hochzuladen. Ein kleiner Tipp von mir, ändere den Titel etwas ab, sodass der eBay-Algorithmus sieht, es handelt sich hier um einen neuen Artikel bzw. ein neues Angebot, was so bei eBay noch nicht drin war. So hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dieses Angebot auch zu verkaufen. Und zu guter Letzt Tipp Nummer 5 sind die eBay-Nachrichten. Und zwar bekommt ihr sicherlich sehr viele Nachrichten und kommuniziert mit Kunden. Jedoch hat man oftmals auch unseriöse Nachrichten, die man vielleicht gar nicht beantworten möchte und dafür seine Zeit nicht verschwenden möchte. Ich empfehle dir dennoch alle Nachrichten, die du von Kunden bekommst, auch wenn sie manchmal keinen Sinn machen, mit einer kleinen Nachricht einen Satz zu beantworten, egal was es sein sollte. Denn das ist wichtig für den eBay-Algorithmus. Das habe ich selber so aus meiner Erfahrung gesehen. Es ist zwar nirgendwo beschrieben, dass man den Kunden innerhalb einer gewissen Zeit bei eBay antworten soll, wie es zum Beispiel bei Amazon der Fall ist. Da ist es nämlich so, um den Service-Status beizubehalten, solltest du innerhalb von 24 Stunden einem Amazon-Kunden eine Nachricht geben auf die Nachricht, die er dir geschrieben hat. So ist es bei eBay nicht. Denn hier hast du die freie Entscheidung, wann du dem Kunden antwortest oder überhaupt, ob du dem Kunden antwortest. Jedoch ist es sehr, sehr wichtig, dem Kunden zu antworten, denn das beeinflusst anscheinend sehr den eBay-Algorithmus und so die Verkäuferquote für deinen Account. Deshalb, auch wenn manche Kundenanfragen keinen Sinn machen und vielleicht ein unrealistisches Angebot gegeben wird, antworte dem einfach mal. Es handelt sich um Festpreise oder wie auch immer. Des Weiteren gibt es viele Kundenanfragen, wo ein Kunde vielleicht einen Detail zu dem Artikel noch erfahren möchte, wie zum Beispiel ein Maß. Da würde ich mich umso mehr bemühen, so schnell wie möglich zu antworten, denn meine Erfahrung hat gezeigt, wenn ich dem Kunden innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten antworte, kauft der Kunde in der Regel sofort auch bei mir. Solltest du dir mit Kundenantworten etwas länger Zeit lassen, dann kann der Kunde eventuell schon bei der Konkurrenz kaufen oder entscheidet sich gegen den Kauf bei dir, weil es einfach bei dir zu lange gedauert hat und da vielleicht ein gewisses Vertrauen weg ist. Deshalb, Kundenantworten immer sehr, sehr wichtig. Wenn Kunden Fälle eröffnen bei eBay, da ist es noch wichtiger, schnell zu antworten, um so einen guten Service-Status beizubehalten. Das waren die 5 Tipps, die ich dir hier in die Hand gebe, um bei eBay erfolgreicher zu verkaufen, um besser und erfolgreicher Umsatz zu machen. Solltest du noch weitere Tipps haben, welche Dinge man bei eBay umsetzen soll, um mehr und besser zu verkaufen, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Solltest du noch zu den einzelnen Punkten Fragen haben, da auch gerne unten in die Kommentare dazu schreiben. Soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dir diese Tipps sehr hilfreich waren, dann freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst für den Algorithmus. Wenn du weitere solche Videos sehen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Vielen Dank